So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammle Omnichips bei Creasy Grove ein. Ihr seht schon auf der Karte, die zwei sind schon markiert, weil ich halt in der Nähe bin der Karte. Wir holen die auch jetzt direkt ab. Es kann nur sein, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie ich mir das jetzt denke, weil hier nämlich auch Gegner unterwegs sind. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken, ob wir die Karte ganz easy uns abholen können. Die ist nämlich hier mitten im Restaurant. Zack, damit haben wir die erste. Jetzt muss ich nur schnell gucken, wo die andere ist, weil Blue Life, ihr seht schon, nicht gerade voll. Die anderen haben uns ja schon ganz entspannt abgeholt, aber ich denke mir, hier wird es jetzt ein bisschen schwer. Die andere ist natürlich mitten auf der Straße. Ich sehe sie schon. Gucken einfach, dass wir die irgendwie anders bekommen. Gucken, wie die Gegner sind. Vielleicht kriege ich es einfach durchge... Er hat mich gesehen. So sollte man es nicht machen, aber ihr habt es gesehen, auf der Minikarte ganz entspannt. Alle drei sind da. Eine ist halt wie gesagt hier drin, eine auf der Straße und eine rechts am Haus noch. Also, wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, dann gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Er ist halt einfach Level 100. Was soll ich dazu noch sagen? Und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.